Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, beziehungsweise zu der ersten Teamspeak-Aufnahme, die wir hier machen. Es geht um Ion und zwar... Herzlich willkommen. Ja, äh, zuerst mal, ich mach das gerade mit David und wir machen das, um, ja, wir beenden einfach Ion und leider hab ich mein Passwort in Ion vergessen, also komm ich da nicht rein. Ja, ist schon ein bisschen scheiße, ich hab alles versucht, aber es geht einfach nicht. Für unwichtige Spiele merk ich mir mein Passwort einfach nicht. Also, was heißt unwichtig? Wir wollten ja ursprünglich einfach nur so ein Spiel reingucken, quasi, so ein Let's Show... Let's Angezockt Test. Genau, Angezockt Test, Let's Irgendwas. Und da wollten wir halt so mal, ja, hier gucken, ja, Ion hört sich doch ganz gut an und so, muss ich mal hier kurz reingucken. Allerdings hat man dann schnell gemerkt, dass Ion ein ziemlich beliebtes Let's Play wurde, aber... Wir bleiben halt... Genau, wir... Also, ich bin halt nicht so der Meinung, dass Ion ein gutes Spiel ist. Vorsichtig ausdrücken, ja, keine Abonnenten irgendwie verletzen. Ja, also, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, also ich mag Ion einfach nicht. Wir finden Ion nicht gut. Genau. Es mag sein, dass ihr Ion gut findet, aber das ist ja unsere Meinung, wir finden das nicht so geil. Im Vergleich zu anderen MMOs muss man echt sagen, dass es da echt was Besseres gibt. Auf jeden Fall, wenn wir hier mit das Ion-Projekt, wir wollten hier noch eine letzte Folge machen, wo wir einfach sagen, dass wir Ion beenden, weil es doch jetzt dann so beliebt war, sonst hätten wir es einfach jetzt gelassen und keine letzte Folge gemacht, aber weil es so viele mögen. Und zum Abschluss verlosen wir einen 5-Euro-Guthaben-Code für Ion, den ihr dann in Ion verwenden könnt und davon euch dann irgendwelche schönen Sachen kaufen könnt. Und das Ganze wird uns zur Verfügung gestellt von Nyka. Nyka hat uns angeschrieben, ob wir das nicht selber im Let's Play verwenden wollen. Da haben wir gesagt, ja, wir wollen das Projekt ja eigentlich beenden. Ob wir das nicht lieber verlosen können an unsere Abonnenten. Ja, und wenn ihr das haben wollt, wenn ihr selber Ion spielt und das gerne haben wollt, 5 Euro sind es, dann schreibt einfach einen Kommentar, dass ihr das haben wollt und wir werden dann irgendjemanden auslosen und dann eine Nachricht ihm zukommen lassen. Ja, natürlich ist Voraussetzung, dass ihr Abonnent sein müsst, oder? Ja, ihr müsst Abonnent sein. Und ihr müsst, ihr solltet nicht einfach nur schreiben, ja, ich möchte es haben, auch wenn ihr, obwohl ihr kein Ion spielt, weil es ist eigentlich an jemanden gedacht, der das Spiel mag und der das gerne spielt, damit wir dem einfach eine kleine Freude machen können. Es ist einfach nur ein Ion-Gutschein, damit könnt ihr nichts anderes machen. Das ist wirklich nur für Ion gedacht. Also, wenn ihr ein Hardcore-Ion-Liebhaber seid, dann schreibt in die Kommentare, warum ihr das haben wollt. Wieso, weshalb, warum, weil, ja, ihr könnt zum Beispiel schreiben, dass ihr, keine Ahnung, zwei Jahre lang Ion spielt, und dann hier den Charakter voll aufgelevelt habt und voll das krasse Equipment habt und so einen Scheiß. Wir können natürlich mit den, keine Ahnung, mit den Levelwerten und so einen Scheiß nichts anfangen, weil wir wissen halt nichts von Ion, aber ihr könnt da mal eure Geschichte hinschreiben, wie ihr dazu kommt, was ihr da macht und bla bla bla. Und ja, das war's eigentlich der letzten Folge. Also, Mika ist hier auch noch in der Videobeschreibung verlinkt und hier nochmal auf dem Bildschirm irgendwo. Natürlich bedanken wir uns. Und bitte bedanken wir uns ganz herzlich dafür, dass wir das verlosen. Dürft uns weg. Cool, wenn ihr mal bei dem Kanal von denen vorbeischaut. Ähm, ja. Das war's dann hier mit dem Ion-Projekt. Ja. Es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert, kommentiert. Ähm, was ich schon mal sagen kann, Guild Wars wird bald irgendwann mal starten. Also, ist ein bisschen ein ähnliches Spiel. Ja, Guild Wars 2, äh, das werden dann David und ich zocken. Ja. Endlich mal ein Core-Projekt mit, zwischen David und mir. Ion war auch ein Core-Projekt zwischen uns. Ja gut, aber, äh, das war ja so ein Letztdings. Letztangedings. Ja, wir haben eigentlich auch am Anfang von Ion gesagt, dass wir das eigentlich nur ein bisschen anspielen wollen, ein paar Parts. Ja. Aber auf jeden Fall, das war's mit Ion. Wir hoffen euch, hat das kleine Projekt gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, im nächsten Projekt wieder. Schaut auf jeden Fall mal in andere Projekte rein. Und, Burak sagt jetzt Abschlusswort. Ich verabschiede mich hiermit. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.